Annika Schleu ist 30 Jahre alt und moderne Fünfkämpferin. Sie ist mit dem Team und der Staffel bereits viermal Weltmeister geworden. Außerdem konnte sie 2012 und 2016 an den Olympischen Spielen teilnehmen. Jetzt hofft sie, ein drittes Mal dabei zu sein. Auch wenn es zurzeit eine schwierige Situation ist und es ein anderer Weg ist, als es nach London und nach Rio war, freue ich mich riesig auf die Spiele und glaube, es wird ein Highlight. Bis jetzt ist Platz vier in Rio ihr olympischer Höhepunkt, aber vielleicht geht da in Tokio ja noch mehr. Annika Schleu hofft auf tolle Spiele unter anderen Umständen. Meine Hoffnung ist, dass sie es in Tokio medial super gut aufbereiten, dass es ein gutes Hygienekonzept wird, dass es ein tolles Erlebnis wird, trotzdem für alle Sportler, dass die Besten gewinnen und ich dort meine besten Leistungen zeigen kann. Das sind meine Hoffnungen und Träume für Tokio 2021.